so ja guten morgen ansatz ich hoffe ihr seid alle gut ins neue jahr gekommen ich habe mir jetzt kurz mal eine butterbrezel fürs frühstück geholt und jetzt werde ich euch unser neustes objekt zeigen eine wunderschöne doppelhaushälfte in stuttgart so ich bin jetzt hier bei dem haus das ich euch zeigen will 1 unserer neuen objekte in unserem bestand es handelt sich um eine großzügige und sehr helle doppelhaushälfte hier sieht man im hintergrund dann die aussicht rund um das haus und die umgebung weinberge strebergärten bebauung und schönen blick ins neggartal das doppelhaus die doppelhaushälfte hat circa 12 quadratmeter grundfläche und 411 quadratmeter grundstück kosten soll das ganze eine million 250.000 und jetzt gehen wir mal rein wir sind jetzt im haus es geht jetzt zuerst mal stufen hoch alles mal belegt bevor man hier in den erdgeschoss wohnbereich kommt hier ist die küche und das wohnzimmer in den wohnbereich s bereich so und hier große wohnzimmer mit der terrasse davor und das ist natürlich durch diese große fensterfronten alles sehr freundlich und hell die hellen marmor böden machen das ganze sehr freundlich hier geht es in die küche küche kann ich leider noch nicht so viel zeigen weil sie noch nicht ausgeräumt ist aber wir haben dann noch einen esplatz in der küche hinter dem küche einrichtung gibt es hier noch einen erker schön als frühstücksplatz errichten kann so und im nächsten video zeige ich euch das obergeschoss und das dachgeschoss ue ank ữa ich 5 6 6 6 7